Hallo Mädels, was macht ihr denn? Oh hallo Nicole, nichts, wir faulenzen auf der Terrasse. Wie sieht's aus? Habt ihr Lust auf einen kleinen Urlaub? Einen Urlaub? Ja, ich hab eine tolle Überraschung für euch. Los, kommt mit. Äh, wo ist denn die Überraschung? Hallo zusammen. Wow, ist das die Überraschung? Ja, mit diesem tollen Caravan könnt ihr campen gehen. Hm, und was ist da alles drin? Das zeige ich euch jetzt. Schaut mal, hier haben wir ein Soundsystem. Cool, wie ihr seht, ist Neonlicious ein toller DJ. Ich frage mich, woher das Hündchen weiß, dass das hier sein Platz ist. So, was glaubt ihr, was das hier ist? Hier haben wir eine Dusche. Hier ein Klosett. Das ist also das Badezimmer. Hm, ich pass da gar nicht rein. Äh, Nicole, wie soll ich denn hier duschen? Das ist einfach. Siehst du? Hm, ich seh hübsch aus. Äh, und, und was ist das hier? Hm, das ist ein Kleiderzimmer. Kleider und Schminksachen. Oh, äh, äh, Nicole, und wo können wir essen? Hier haben wir eine Essecke. Äh, äh, Nicole, ich hab den Kühlschrank gebracht. Oh, super. Hm, der Karawan gefällt mir. Hm, ich hab gar kein Schlafzimmer gesehen. Wo, wo sollen wir denn schlafen? Hm, eure Betten sind da oben. Oh, die Betten sind aber weit oben. Hm, wie sollen wir denn da hochkommen? Hm, wie sollen wir denn da hochkommen? Hey, ist, ist das etwa ein Pool? Ja, Mädels, da kommt jetzt Wasser rein. Oh, im Pool leuchten ja Lichter. Hm, ich frage mich, was das hier ist. Mädels, das ist eine Bühne. Hier können wir abends Karaoke machen. Und auf diesem Bildschirm können wir die Texte der Lieder ablesen. Nicole, dieser Karawan ist super. Hm, können wir endlich losfahren? Hm, ja, also ich finde diesen Karawan auch super. Und du? Gefällt er dir auch? Schreib's mir in die Kommentare. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.